Leere, so schön, völlige Freiheit. Wie die Wattwürmer mit den Füßen kuscheln. Diese Freiheit, sich so fröhlich nehmen zu können und diese Freude, daran arbeite ich gerade. Ja? Ja. Da schaffst du es ja, ich bin auch beeindruckt von dir. Du bist ein sehr Bursche, du kommst auch immer wieder aus der Kiste. Eigentlich müsste ich jetzt meinen neuen Film in die Kinos bringen. Pandemie. Die haben solche Zeit, werden wir nie wieder haben. Das ist total wichtig. Mein Nachbar Max ist zum Glück Kameramann. Mach mal auf. Hygienekonzept, dich vergessen. Gerade jetzt, wo alles stillsteht. Aufgrund dessen, dass diese Pandemie nächstes Jahr noch nicht abgefrühstückt ist. Und so gehen wir jetzt mal auf die Reise und treffen Künstler. Damit wir dieses langweilige Schauspieler-Thema machen. Kennst du diese Angst, unbedeutend zu sein? Ja, klar. Möchtest du eine künstliche Person sein? Ja, ich bin ja Künstler. Vielleicht bin ich auch gekünstelt. Wer weiß das alles schon. Diese gewisse Zeit, die wir haben, die wollen wir ja irgendwie ausfüllen. Wie kann ich denn lernen, mein Leben mehr zu genießen? Also sich reinzustößen ins Leben ist ja auch nur Betäubung. Maybe it was really necessary for everyone to take a hard look in the mirror for an extended period of time. Ich würde sagen, der Mensch hat jetzt die Chance zum Verbell zu werden. Far right, far left. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschheit das wieder alles in Ordnung bringt? Vielleicht hat gar nicht jeder die Sehnsucht, alles verstehen zu wollen. Was ist denn in der Natur überhaupt? Das Salz in der Luft, die Weite. The sky, the stars, the sun, the moon. I just love everything. I love everything about it. The green, the water, everything. And I don't want to go away from here, man. Ich komme vom tiefsten Punkt Deutschlands. Von da geht alles bergauf. Logo. Atmen. Geile, geile Scheiße. Geile, geile Scheiße.